Servus Leute und willkommen zum neunten Tag der Titan 4 News. Wir fangen direkt mal an mit Team Basbo. Die haben heute ganze 10 Äpfel gefarmt, was sie hierher hat noch eine Enderpelle finden können. Jetzt hat auch Basti ein Weakness Giant Titan Sword mit Shabnus 4. Farbo hat ja das gleiche nur mit Poison, das heißt hier mit kombinierten Schwerter, was auch sehr stark ist. Ich weiß nicht wieso sie keinen Blindness Schwert gemacht haben. Vielleicht finden die es zu weak, aber ich glaube wenn du Blind bist, dann kannst du erstens nichts sehen und zweitens bist du langsamer, wegen dem Effekt. Aber ja, die haben sich halt safe schon dabei was gedacht, deswegen. So der Zug hat auch heute gut Enderpellen farmen können. Er hat nämlich 4 Stück heute gefarmt und dann hat er festgestellt, dass er kein zweites Nether Portal craften kann. Das heißt, sein Plan wird nicht aufgehen mit der Time zu resetten. Er kann es trotzdem noch schaffen und zwar halt wie gesagt mit Enderpellen und ein bisschen Luck mit dem End. Aber da werden wir vielleicht nichts vorgesehen. Morgen kommt es eine Premiere um 12 Uhr, hat er gesagt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Außerdem hat er jetzt insgesamt 13 Ender Augen und 200 Perlen, mit denen er sich halt burlt. Er hat so viele Ender Augen gemacht, weil im schlimmsten Fall brauchst du 12 Stück für das Endportal. Und ja, da musst du halt eins werfen und manchmal kann das halt die spawnen. Und deswegen ist er nun mal sicher gegangen. Hat auf jeden Fall gut Augen. So jetzt R4 von Team Heshack. Ja, er hat heute nur 3 Dears gefarmt und will auf jeden Fall in den nächsten Folgen gegen Dormse fighten. Das werden wir auf jeden Fall morgen oder übermorgen sehen. Mal gucken. Auf jeden Fall kommt dann in der nächsten Zeit eine Fight zwischen den beiden. Zu Heshack's Bereich. Danny und Norris haben als erstes Team ein Secret gefunden. Und zwar ist unter den Spawnen vier ganze Dear Blöcke gewesen. Ja, ich auch. Junge, okay. Digga, hey, hier sind einfach Diamanten. Hä? Was ist das jetzt? Sollen wir die abbauen? Ja. Hä? Diamanten, lol, hä? Eine die... Hä? Digga, was ist das denn jetzt? Lol, hä? Erklärt mal einer. Ey, Frieda. Ey. Digga, können euch... Max, wir können jetzt entstanden, ne? Das sind einfach 36 Diaz. Einfach for free. Einfach so. Deren Plan ist es jetzt, mit den Diaz Titan Ingets zu machen. Die Rüstung nochmal abzugraden. Ja, da sie keine Bücher haben, müssen sie es halt mit den Titan Rüstungs machen. Ich glaube aber trotzdem, dass es schlauer wäre, wenn sie die ganzen Diamanten in Diaäpfel investiert hätten. Weil Diaäpfel sind da insane stark. Und so viel Aufwand würde ich auch nicht auf die Rüstung setzen. Ich würde einfach nur auf Heel gehen. Und ich finde, Heel ist viel, viel wichtiger als einfach mehr Protection. um so zu haben. So, Domse kommt auch later. Die Moshia, die haben jetzt elf Äpfel gefarmt. Oder mehr oder weniger auch gefunden auf dem Boden. Denn in den Sumpf war noch ein paar Äpfel auf dem Boden liegen. Wahrscheinlich von Team Phasics, wo sie das letzte Mal gefarmt haben. Das heißt, Moshia hat sich hier ein paar Äpfel gesnacken können. Und ja, außerdem findet Birdie noch ein Deerofen, der ebenfalls wahrscheinlich von Team Phasics ist. Ja, deswegen ja. Zwei mit einer Lavaz und eins. Oh, hier liegen Deerofen. Wait. Wer könnte das sein? Wer braucht Äpfel? Das hören wir jetzt an. Hier liegen Deerofen. Ihr habt es irgendwer ausgelöst, irgendein Team. Ihr werdet es gleich noch sehen, Phasics hat heute in der Folge nämlich ein Deerofen verloren. Auf jeden Fall macht sich Sasuke jetzt Night Vision Potions. Und danach hat er sich halt Blindness Giant Titan Sword mit Sharpness 4 gegönnt. Birdie hat ebenfalls ein Blindness Giant Titan Sword. Allerdings mit Sharp 5 und Fire Aspect. Und das ist halt wirklich jetzt das beste Schwert, was wir haben. Ganz gut. Man kann natürlich auch noch Fire Aspect 2 draufballern. Aber ich glaube nicht, dass diese Feuerticks jetzt so viel Unterschied machen. Deswegen, ich glaube schon, jetzt ist es auf jeden Fall stacked. Außerdem haben sie jetzt insgesamt 26 Goldtöpfel und 2 Deeräpfel. Zufälligerweise genau derselbe Heel wie Basti und Fabo. Also falls die zwei Teams zufälligerweise mal fighten würden, das war halt ein heftiger Fight auf jeden Fall. Kann ich euch sagen. Team Lost hat heute mit Wichtiger ein bisschen Lack gehabt. Nämlich hat er 16 Deers finden können. Damals hat er sich jetzt einen Titan Helm gemacht und eine Titan Brustplatte. Jetzt fehlen ihm nur noch, glaube ich, Titan Hose. Und ja, in der Folge hat er noch 2 Goldtöpfel kraften können. Und ja, in der nächsten Folge kann er halt easy full Titan machen. Diese Folge war auf jeden Fall sehr wichtig für ihn, weil am Anfang hat er nur Titan Boots, sonst gar nichts. Und die Deers haben ihm wirklich sehr, sehr geholfen. So kommen wir zu Team Spinat. Jomaru und Space haben jetzt beide ein Blindness Titan Sword. Space hat mit Sharp 2 verzaubert und Jomaru mit Sharp 3. Die haben jetzt nicht die beste Sharp Verzauberung, aber das wird noch kommen, leider, das wird noch kommen. So, jetzt verzaubert Space seine Brustplatte auf Dornen und kriegt zusätzlich nochmal Projectile Protection 3. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil nicht viele Teams werden mit Bogen fighten, vor allem, weil du halt easy mit dem Schild blocken kannst. Aber, ja, falls sie gegen ein Team fighten, die im Bowfight gehen, ist das auf jeden Fall stark. Und falls sie halt gegen ein Team fighten, die nur halt Schwerter haben, dann ist es ein bisschen schlechter auf jeden Fall. Space muss ich hier vielleicht mal doch überlegen, ob er nochmal eine neue Brustplatte macht, weil, ah, das ist Projectile Protection 3. Also, wenn du kein Protection normal hast, kann es echt ein Nachteil werden. Also, SpaceX, wie gesagt, die haben heute gemerkt, dass sie einen Tierofen verloren haben oder mehr oder weniger, oder besser gesagt, stehen gelassen haben. Jetzt haben die jetzt einfach weg und haben die nicht mehr. Übrigens sind sie noch im Nähte gefangen. Das Portal ist irgendwie ausgegangen und die haben kein Feuerzeug, kein Feuerball und sie könnten es nicht anmachen. Da sie kein Eisen hatten für einen Feuerzeug, müssen sie einfach, ja, da noch bleiben und haben mehr oder weniger eine ganze Folge gewastet. Sie hätten aber auch nicht viel Auswahl, denn, ja, die haben halt nichts gehabt, um das Portal halt anzumachen. Sie könnten vielleicht versuchen, mit Holz und Lava das so ein bisschen anzuzünden, aber das dauert natürlich und da wäre die Folge schon weg. Der Hashtag Sparfehler, Vini ist ja alleine. Er hat heute sehr viel Gold gefunden, leider aber keine Dias. Er braucht nur noch ein Stück für seinen Helm. Er hat sie jetzt doch umentschieden, dass er sich eine ganze Titan-Rüstung macht. Und ja, ansonsten entscheidet er noch ein bisschen und ihm fehlt noch ein bisschen Sand, dass er brauen kann. Das macht er in der nächsten Folge und ja, mehr passiert auch nichts mehr. So, Lucky Brian. Brian sieht direkt Celtics am Anfang. Ach, nice. Warte kurz, chill. Ich war die Dinger eben. Da oben, da oben ist Celtics bei mir. Bei mir ist Celtics. Geh weg, geh weg. Komm zurück. Komm zurück, Mensch. Und dann haben sie sich zehn Minuten lang versteckt, weil sie dachten, dass Celtics die auch gesehen hat, obwohl Celtics sie halt nicht gesehen hat. Und deswegen haben sie jetzt mehr oder weniger zehn Minuten verschwendet. Ja, am Ende der Folge finden sie noch zwei Lohnrouten. Haben noch ein bisschen verzaubert, aber mehr auch nicht. Das kam echt an Lucky, weil genau Lucky Brian, die bräuchten ja, die haben ja nur Half Citrine und Half Titan-Rüstung. Und ja, dass es genau die trifft, ist halt sehr an Lucky, aber ja, weil es kann man nichts machen. Ja, Leute, es ist jetzt 19 Uhr und Dom's hat leider immer noch nicht hochgeladen, aber ja, das ist halt das Problem bei den ganzen Teilnehmern. Ich glaube, die letzten haben um 15 Uhr hochgeladen und bei Dom's ist es immer so unterschiedlich zwischen 18, 20 Uhr oder gar nicht, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, Leute, das soll es mit dem neunten Tag gewesen sein. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, zu uns morgen wieder. Haut's rein. Ciao.